Malzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu einem neuen Let's Zombie auf meinem Kanal. Ihr seht schon Mob of the Dead und so, ich drücke das natürlich gleich weg. Die Einführung müsste mittlerweile jeder kennen, nur ich bin ja hier im Solo-Spiel und da kommt ihr halt immer wieder. So, jetzt geht's los. Ich begrüße euch auf alle Fälle zu einer neuen Folge. Viele haben sich ja das Ganze zurückgewünscht. Und warte mal, wie war denn das? Irgendwo? Ach ja, das musste ich. Zack, genau, dann war das offen. Für alle neuen Zuschauer, ich bin eigentlich, was ist denn hier? Ach so, so ging das, okay. Okay, für alle neuen Zuschauer, ich bin wirklich ein Zombie-Pro, also man kann es gar nicht anders sagen. Syndicate ist ein Witz im Gegensatz zu mir. Ich bin wirklich das absolute Biest in Deutschland zumindest. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ne, Spaß beiseite. Also ich bin wirklich, ich glaube, was auf YouTube, was YouTube betrifft, bin ich wirklich einer der schlechtesten YouTuber, die Zombie-Videos bringt. Würde ich einfach mal wirklich vermuten. Das ist aber das, was, wie das sagen jetzt meine Abonnenten, das ist das, was die Videos so lustig macht. Und ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ihr müsst auch mich verstehen, dass das für mich nicht lustig ist, wenn man ständig stirbt und sich zum Affen macht. Aber naja, ich habe aber eine schlechte Nachricht für alle Zombie-Fans. Ich denke mal, ihr wisst jetzt, was kommt. Das Ende ist nah von Let's Zombie. Das heißt aber nicht, dass es nie wieder kommen wird. Ich habe nämlich Folgendes mir überlegt. Ich mache erst mal, also nach Folge 40 mache ich nochmal Schluss. Die letzte Runde wird übrigens mit drei Abonnenten sein. Mehr als vier geht ja nicht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal eure Daten unter das Video schreiben. Und ich adde dann einfach mal ein paar. Und jedenfalls... Oh nein. Warte, stopp. Jedenfalls will ich dann erst mal Ende machen damit. Erst mal, wohlgemerkt. Und bei Ghosts wird es ja den Alien-Modus geben. Vorsicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hundertprozentig so eine... Also genau so eine Serie im Alien-Modus machen werde. Ich schaue mir den erst mal an. Wenn er mir gefällt, könnte es durchaus passieren, dass ich dort, äh, was weiß ich, Let's Alien oder sowas mache. Mal gucken, wie ich das Ganze nenne. Auf alle Fälle ist jetzt mit dem Zombie-Modus erst mal Schluss, weil, ähm, es kann sein, dass ihr das Ganze lustig findet, etc., etc. Aber wenn die Folge 40 da ist, dann müsst ihr mal überlegen. Ich habe 40 Folgen für euch gemacht. Mir haben vielleicht maximal 5 davon wirklich Spaß gemacht. Also ich habe da kein Problem mit, sage ich mal, das zu zocken. Aber wirklich Spaß habe ich daran nicht. Und das, äh, darum soll es ja eigentlich gehen. Oh mein Gott. Das ist schon wieder so eine Cabinio-Aktion, ey. Äh, darum soll es ja eigentlich gehen, dass ich auch, äh, Spaß daran habe. Ey! Oh Mann, warum bin ich hier eingesperrt? Oh Leute, es tut mir so leid. Was mache ich denn jetzt? Haut mal ab hier. Wo muss ich denn hin jetzt am besten? Was ist denn das? Wieso? So, der noch weg, der noch weg. Und jetzt sprint ich davor, wie so ein Wahnsinniger. Das ist jetzt nicht wahr! Ey. Mann. Das Video geht nicht mal 10 Minuten und ich bin schon am Abkacken, ey. Das ist unglaublich, ist das. Weg hier, Affenköppe. Wascht euch. Bin ich nicht irgendwo stehen geblieben? Ich wollte doch irgendwas erzählen, oder nicht? Was denn jetzt? Hä? Ja Leute, drei Runden überlebt. Es, äh, ich mache natürlich noch eine Runde. Es ist ja, äh, das war ja wirklich mit Abstand meine peinlichste Runde. Aber ist egal. Es, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ach, Mann. Komm, starte nächste Runde. Ich finde auch, dass der Zombie-Modus ein bisschen ausgelutscht ist. Ganz ehrlich. Weil guck mal, wie lange gibt es schon den Zombie-Modus? Und wie oft hat man jede Karte durchgebummst und bis zum Jett nicht mehr gezockt? Wie oft wiederholt? Und da wird es echt langweilig. Also ich muss echt sagen, mir wird es mittlerweile sehr langweilig. Eine lange Zeit habe ich mich mit abgefunden. Dann kam mal da eine neue Map, die man angezockt hat. Und dann kam mal da eine neue Map. Übrigens Origins habe ich mir nie geholt. Hatte ich auch nie vorgehabt. Ähm. Weil ich auch keinen Grund gesehen habe dafür. Und ja, wie gesagt, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Nachfolge 40 ist Ende. Und eventuell geht es dann bei Ghosts weiter. Sollte der Alien-Modus mir nicht gefallen, wird natürlich keine feste Serie kommen. Aber ab und an wird natürlich mal so ein Video kommen, wo ich da den Alien-Modus spiele. Wie gesagt, das weiß ja noch keiner so richtig. Wird er genauso sein wie im Zombie-Modus? Gibt es da Verbesserungen? Ist er vielleicht sogar schlechter? Was weiß ich? So. Ich hole jetzt mal von Anfang an hier die Bombe. Und nach Runde 2 haue ich hier ab, Junge. Mach Eier. Mach Eier, Junge. Sonst raucht's. Klettere hier nicht so rum. Das hier Schmutzbrust. Gibt es hier noch einen Eingang? Ach, da vorne. So, jetzt machen wir erst mal alles zu. Hier zieht's nämlich. So, kommen hier noch mehr. Wo sind denn die Gesindelköppe? Parasiten auch genannt. Ach, hier. Und das war der letzte. Da ist zu, da machen wir zu. Und ich würde sagen, jetzt hole ich mal Double Points. So, zack, 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 zack. Lass mal warten, bis die Pisser kommen hier, ey. So, jetzt kommen wir. Zack. Und ich probiere mal ein bisschen... Äh, gut, okay. Naja, dann machen wir halt so Punkte. Krieg doch mal schneller raus, da. Ich hab nicht ewig Double Points. Macht ein Erder. King Louie aus dem Affen... Affenland, oder was? Ich bin der König im Affenland. Der größte Klettermax. So. Da noch einer. Da noch einer. So, das war's. Und genau jetzt verschwinde ich, sonst sterbe ich hier wieder. Ich bin nämlich kein Überlebenskünstler im Zombie-Modus. Solltet ihr so langsam wissen. So, wie viel kostet das? Tausend. Na, passt doch. So. Jetzt seht's ab, Junge. Mache Eier. Weg. So, gleich mal nach der Runde hier in den Afterlife. In Afterlife. Und ich hoffe, falls jetzt neue Zuschauer das erste Mal ein Zombie-Video von mir sehen, ich hoffe, ich konnte beweisen, was für ein Biest ich bin. Das hat man auch in der ersten Runde gesehen, dass eigentlich niemand mir gewachsen ist. Ach, ich mach das jetzt schon scheiß drauf. So, hepp. Ähm. So, ich hoffe, es klappt beim ersten Mal. Und hepp. Nein, warum auch? Geht doch. So, das hier war das, glaube ich. Und natürlich noch da. Ach, genau. Das war die Tür. So. So. weiter geht es. Schlüssel ran, sonst laden in Flammen. So, Double Points brauchen wir jetzt natürlich in der Runde nicht nochmal holen. Ich brauche Strom. Wo war denn der Strom? Strom hat bisher immer Alex gemacht. Ich weiß auch nicht mal, wo der, wo das war. Ach, so scheiße, ja, ey. Überlebe ich eh nicht bis dahin. So, ähm. Hier wieder Afterlife. So, wo muss ich, wo muss ich jetzt? Ach, da oben hin. So, aber was habe ich damit öff gemacht? Ich weiß es ja auch nicht. Werde ich ja gleich sehen. Ich weiß nur, dass man das machen muss, aber, aber was genau das bewirkt, weiß ich bei dem hier nicht so genau. Ach, ja, okay. Jetzt weiß ich es. So, die Kiste ist natürlich nicht da. Yippie, jubla, Karobata. Mann, ey, warum denn nicht? Oh. Da kommen die Freunde. ihr seid gar nicht eingeladen. Mach weg. Double Points. Ähm. Gegner. Da. Oh, yeah. Ins. Da. Und jetzt ist die Runde vorbei. Yeah. So, ähm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Was mache ich jetzt? Wo muss ich hin? Äh. Was war hier? War nichts. Ich lauf einfach mal hier runter. Oder ne? Erstmal, erst mal wäre Munition von Vorteil. Das holen wir natürlich. Und den Hund. Ich hab den Hund vergessen. Obwohl ich eh nicht bis zum dritten Hund komme. Das weiß ich. Das ist jetzt nicht irgendwie wie nennt man das? Pessimistisch. Das bin ich nicht. Ich bin nur realistisch. Weg. Ihr Hobbits. Oh. Das war aber nicht nett. Komm weg, ja. Okay. So. Wir geben uns mal hier neil. So. Die B23. Holen wir natürlich gleich, damit wir die scheiß M14 los sind. Oh, 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 oh. Nein, komm. Lass mich durch. Oh mein Gott, ey. Das war enge. Nuke. Vielen Dank. So, schon wurde keine Muni hier, ey. So, holen wir erst mal das und jetzt nochmal Muni. Meine Fresse, wie oft soll ich ne Munition holen, Alter? Mensch, kaufe in. So. So, jetzt probieren wir es mal mit dem Dreckskötter. Boah, hier irgendwas? Kommt hier was? Keine Ahnung. Ich habe Sodbrennen, Leute. Das tut ganz tolle weh. Ah! So, jetzt aber. Jetzt müssen wir hier bleiben. Oh. Da kommt der Purzel. Komm, lass schneller nach. So, frisst dich satt. Hund von Sauron. Oh. Komm, seid artig und verpisst euch. So, wie viel kommen hier noch? Ich habe nicht die ganzen Tag die ganzen Tagzeit. Ich will das nicht ewig machen, ja? Oh, oh, nein. Das war doch klar. Ich weiß doch nicht, wie soll man das alleine machen? Komm weg hier, Beklebten. ist da noch irgendeiner? So, komm, schnell nachladen hier. Schnell, schnell, schnell. Guck mal, die Kesseln einen immer wieder ein. Oh, Nuke. Nuke ran. So, jetzt müsste der Hund satt sein, theoretisch. Wir lagen ja ja noch davor. So. Ähm, jetzt muss ich erst mal gucken, was können wir hier dann noch kaufen? Äh, war hier unten was? Nee. Was steht hier? Showers Horten Office. Okay. Das ist mal natürlich alles, was das heißt. So, ich brauche wieder Munition. Und bei mir ist halt das Ding, ich weiß nicht mehr, was genau ich hier machen muss. Also, es gibt ja immer so eine, so eine Aufgaben. Nur da weiß ich halt nicht weiter. Und das ist mein Problem, wo ich immer hänge, sozusagen. Also, was ich auf alle Fälle immer haben muss, ist Joghurt. Also, Juggernaut. Wie kam ich da hin? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich probiere einfach mal. Das war irgendwie auf alle Fälle hier runter. Ah, okay. Jetzt, ich glaube, hier komme ich dann weiter. Äh, so, dann, was haben wir hier? War das hier? Ja, ich glaube, hier lang. Ja, hier, das kennen wir doch. Äh, abhauen. nicht verfolgen. Nicht verfolgen. Böse. So, und jetzt hier raus, genau. So, wie viel brauchen wir noch? Was? Power? Wie mache ich Power? Wie mache ich Strom? Ach, wie ging denn das nochmal? Äh, Leute, da seht ihr, ich weiß nicht, wo hier die Kacke ist. Das ist gerade zum Kotzen. Und was Strom, oder war das nicht da hinten? Ne, oder? Was war denn hier? War das das? Ne. Ich glaube nicht. Mensch, weg hier, ihr Beklopten. Was ist das hier? Was ist denn das? Ach, das ist ja irgendein Paar, ey, was juckt mich das? Also, ich baue doch eh nicht zusammen. Komm, lad, schieß. Oh, Mann, zieh die Waffe und läd erstmal nach, ey, Mann. Weg hier. Und es würde jetzt auch nichts bringen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil es wird sicherlich eh das letzte Mal sein, dass ich Bowie zocke. Äh, nein, Mob of the Dead meine ich. Was war denn mit der Waffe? Die hing doch, glaube ich, auch gut ab, oder? Ja. Auf den Köter, scheiß mal. Ich weiß absolut nicht, wo das ging mit den Strom. Ich habe keinen belassen, Leute. Also, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich sterbe. Mal Strom. Ich gucke jetzt mal alles ab. War das das hier? Das war irgendwas. Ich probiere das mal. Das war ja irgendwas mit Afterlife und die Zahlen merken, oder sowas. Mal weg hier. Was ist denn? Haut doch mal ab, ihr Bekloppte. Mal ganz ehrlich, Junge. Hässlichen Eimer. So, sieben, 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 null. Ich mache das jetzt im ersten Mal. Sieben, sechs, null. Und was ist jetzt? Ist jetzt Strom an? Bitte lasst Strom sein. Oh mein Gott. Toll, und ich muss mich wiederbeleben. Wie geil ist das denn? Oh, dass ich da durchgekommen bin, das war ja... Das war klar, dass ich verrecke. Man verpisst euch. Ihr hässlichen Assi-Zombies, Junge. Ihr stinkt nach Scheiße. Das glaubt ihr ja nicht. Oh mein Gott, was ihr abjät, ey. Guckt euch das mal an. So, steh hoch und sofort weg. Weg. Einfach nur weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich der Strom ist. Ich habe absolut keinen Plan. So, die Zeitzeit ging ja noch runter. Jetzt hätte es eigentlich soweit sein müssen und es ist nichts passiert, also war es sicherlich nicht der Strom. Yeah. was ist denn hier, Mann? Och, ey, leck mich doch am Arsch, ey, mal jetzt ehrlich. Wo kam denn den Dieb-Beklöppten her? Ach, Mann, ey. Na, aber zumindest war es besser als der erste Versuch. Ach, Leute, es tut mir leid. Ich wusste nicht, wo das Strom ist. Ich habe keinen Belassen gehabt. Naja, was soll's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, wie gesagt, bei Nachfolge 40 ist Schluss. Ihr habt nochmal die Chance mitzumachen. Schreibt einfach eure Gamertags unten rein und eure Skype-IDs und ich bin mal gespannt, wie viele sich melden und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so sehr angepisst, dass es erst mal aufhört mit Zombie. Wie gesagt, es ist ja nicht das endgültige Ende höchstwahrscheinlich. Selbst wenn der Alien-Modus mir nicht gefallen sollte, wird ja trotzdem ab und an so eine Folge kommen und falls er mir wirklich gefallen sollte, dann wird wieder eine aktuelle Serie, also eine wirklich durchgängige Serie draus. So, also einfach mal abwarten, was der Modus bringt und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich. Morgen gibt es das Jutower-Duell mit dem Überraschungsgast. Vielleicht wissen es einige, vielleicht auch nicht. Ja, und ich würde sagen, dann ciao, ciao und bis zur nächsten Folge. Ey, das ist doch... Sag mal, bin ich hier... Ey, was ist denn heute los? Ey, so schlecht war ich doch sonst nicht. Ey, mal ganz ehrlich.